Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wer hier meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich vor kurzem ein Video zu meinem Auswanderplan gemacht habe. Und dafür bin ich jetzt natürlich auch viel in der Stadt unterwegs, muss noch viele Erledigungen da machen. Und habe mir dann heute mal gedacht, ich höre mal NDR Info. Das habe ich ja auch immer bei Fridays for Future gehört, dass die Leute da besonders viel schauen. Ich höre den ganzen Tag NDR Info. NDR Info läuft bei mir eigentlich fast täglich. Für mich ist das natürlich auch ganz toll, diese Nachrichten zu hören. Das bestärkt mich dann immer nur weiter in meine Entscheidung da auszuwandern. Ich meine alleine schon, dass Seehofer jetzt gesagt hat, er will 600 neue Stellen schaffen, um gegen Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst vorzugehen. Das hatte ich auch hier weiter kommentiert. Und ja, dann bei NDR Info hat man gesagt, dass man abends eine Sondersendung zum Thema Klimawandel macht. Das war ja gerade der Klimagipfel in Madrid. Und da hat man sich dann ein paar Experten eingeladen, die darüber diskutieren. Und da habe ich mir gedacht, hey, da will ich einfach mal anrufen und ein paar kritische Fragen stellen. Vielleicht komme ich durch. Und das war dann halt so, dass ich da dann tatsächlich durchgekommen bin, mit einer Mitarbeiterin gesprochen hat. Sie hat dann auch gesagt, ja, dann stelle ich sie durch zu den Expertinnen, auch korrekt gegendert, Expertinnen mit Sternchen gesprochen. Und ja, dann hat man mich nachher tatsächlich durchgestellt und ich bin drangekommen und das ist dabei rausgekommen. Jens Schulte kommt jetzt zu Wort aus Hamburg. Guten Abend. Schönen guten Abend. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, also für mich ist das, es wird halt immer nur um Klimaschutz, Klimakrise und so gesprochen. Also bei mir bleibt da so ein bisschen die Wissenschaft auf der Strecke. Wir haben ja auch bei dem Climate-Gate-Skandal gesehen, dass der ja überall auch kleingeredet wurde, dass da die Daten gefälscht wurden, Kritiker wurden diffamiert, sie wurden ausgegrenzt und angegriffen. Und es gibt ja auch jetzt in Deutschland, gibt es auch viele renommierte Wissenschaftler, die sagen, dass dieser ganze Klimawandel überhaupt nicht menschengemacht ist, die das sehr kritisieren. Da gibt es zum Beispiel Leonard Bengtsen, den ehemaligen Direktor vom Max-Planck-Institut in Hamburg oder August Mangini oder wir hatten zuletzt 90 hoch angesehene italienische Forscher oder den ehemaligen Leiter des Instituts für Meteorologie an der Freien Universität in Berlin. Der hat gesagt, das ist alles nur eine Ersatzreligion und da einfach die Frage, was sagen die Experten zu diesen Kritikern? Sind die nicht ernst zu nehmen? Herr Schulte, herzlichen Dank für Ihren Anruf. An dem Punkt waren wir ganz kurz schon mal in der ersten Hälfte dieser Sendung. Jetzt kommen wir da nochmal zurück und gerne auch mit ein bisschen Zeit, nämlich die Kritiker beziehungsweise eben auch dann daraus wieder abgeleitet die Akzeptanz. Frau Professor Jakob, die Frage gebe ich aber als erstes gerne an Sie. Also die Kritiker gibt es natürlich und man muss sich auch mit ihnen auseinandersetzen, aber die große Mehrheit der Wissenschaftler ist anderer Meinung, wenn wir es erstmal so sagen. Also es ist ganz klar, dass das, was in den Berichten des Weltklimarats zusammengeschrieben ist, auf Beobachtung, auf Veränderung der Wettervariabilität, auf Veränderung der Wetterregime zurückzuführen ist und dass wir in einem sich wandelnden Klima leben. Es gibt Diskussionen darüber, wie stark jetzt der menschliche Anteil wirklich ist, aber dass er da ist, ist auch außer Zweifel. Es gibt dort verschiedene Methoden, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, um das auch mit Modellrechnungen nachzuvollziehen, um es statistisch zu isolieren und herauszuarbeiten. Und es gibt eine so starke belastbare Evidenz, dass wir eigentlich in einer Situation sind, wo man in anderen Bereichen schon längst ins Handeln übergegangen wäre. Ja, und wen wundert es? Man kommt hier natürlich mit Autoritätsargumenten. Der IPCC sagt das und deswegen ist es die Wahrheit. Man sieht hier wieder, es ist politisiert ohne Ende. Es geht um demokratische Entscheidungen und nicht um Wissenschaft, wo es halt einfach um Falsifizierung geht, um das richtige Argument. Insofern, Einstein soll ja auch schon gesagt haben, egal ob tausende Ehren oder nicht, es muss nur ein einziger sein, der halt eine andere Theorie, eine bessere Theorie aufstellt und man kann diese Theorien von den tausenden von Leuten verwerfen. Insofern, was ich da auch angeführt habe, Climategate, schaut doch Climategate an. Ich verlinke das hier unten nochmal. Da sieht man halt auch einfach, dass da ja einfach Kritiker mundtot gemacht worden sind, dass die ausgegrenzt worden sind. Und da ist es natürlich auch kein Wunder, wenn dann natürlich so ein Klima der Angst herrscht, dass jeder, der irgendwie was Falsches sagt, einen Job verliert, sogar Todesdrohungen erhält, dass natürlich dann man 97 Prozent oder sogar 99 Prozent hat. Also, und da ist es natürlich auch, wenn man diese 97 oder 99 Prozent Studien reinschaut, dann sieht man auch, dass da alles, ja, methodisch absolut nichts mit Wissenschaft da zu tun hat, dass das alles zurechtgebogen ist ohne Ende. Insofern Propaganda auf ganzer Linie. So, und hier sagt Frau Dr. Jakob auch, dass es zweifelhaft ist, wie groß der Anteil der Menschen ist. Und da, meiner Meinung nach, verheimlicht sie, dass es halt einfach nicht so sicher ist, wie man es darstellt. Es kann natürlich sein, dass wenn es jetzt 1,5 Grad wärmer wird, dass es zu 90 oder 95 Prozent natürlich ist und nur ganz, ganz wenig durch den Menschen gemacht oder umgekehrt. Da kann man jetzt natürlich genauer in die ganzen Modelle und so reingehen, aber ich möchte es einfach mal hier mit einem Zitat von Leonard Bengtsen belassen. Leonard Bengtsen ist der ehemalige Direktor vom Max-Planck-Institut und der hat einen offenen Brief geschrieben, wo er schreibt, als Folge der Chaos-Theorie kann man Wetter und Klima nicht vorhersagen und wie sich das zukünftige Klima entwickelt, werden wir nicht wissen, bis diese Zukunft gekommen ist. Es würde nichts bringen, selbst wenn wir die genaue Menge an Treibhausgase kennen. Zu dieser Unsicherheit kommt noch die Unsicherheit bezüglich der Zukunft der Welt. Das sollte jedermann klar sein, einfach durch das Zurückgehen in der Zeit und dann nachvollziehen, wie sich die Dinge entwickelt haben im Vergleich zur Prognose von damals. Daniel Borstein hat es so ausgedrückt, der größte Feind des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion über Wissen zu verfügen. Also hier sagt Bengtsen ganz klar, dass das Klima ein chaotisches System ist, das sagt der IPCC auch selbst in seinen Berichten, dass das Klima ein chaotisches, nicht-lineales System ist, was natürlich dann auch sehr schwer vorherzusehen ist. Aber man maßt sich hier einfach an, dass man das alles ganz genau sehen kann. Und wenn man sich mit Climategate beschäftigt, wie gesagt, schaut hier unten in die Quellen unbedingt rein. Man sieht, dass sich da alles zurechtgebogen wurde ohne Ende. Noch mal ein paar weitere Worte von Bengtsen aus einem Interview mit dem Spiegel. Es ist frustrierend, dass die Klimawissenschaft nicht in der Lage ist, ihre Simulationen richtig zu validieren. Die Erwärmung der Erde verlief seit dem Ende des 20. Jahrhunderts deutlich schwächer, als es Klimamodelle anzeigten. Darauf fragt der Spiegel, aber der UNO-Klimabericht diskutiert diese Probleme doch im Detail. Bengtsen, ja, aber er tut es nicht ausreichend kritisch. Ich habe großen Respekt für die wissenschaftliche Arbeit hinter den IPCC-Berichten, aber ich sehe keine Notwendigkeit für das Bestreben des IPCC, einen Konsens herbeizuführen. Ich halte es für essentiell, dass es Gesellschaftsbereiche gibt, wo kein Konsens erzwungen wird. Gerade in einem Gebiet, das so unvollständig verstanden ist wie das Klimasystem, ist ein Konsens sinnlos. Er sagt hier ganz klar, Klimasystem sehr, sehr komplex, aber der IPCC versucht hier einen Konsens zu erzwingen, was natürlich überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Wir haben da gehört von Frau Dr. Jakobs, aber alle Wissenschaftler sind sich einig. Wie gesagt, das bekommt man dann hin, wenn man die Kritiker ausschließt, diffamiert und halt einfach immer wieder angreift. Dann traut sich natürlich keiner, da was zu sagen. Und wenn man sich nochmal die Ebene dahinter anschaut, der ganze Klimawandel oder beziehungsweise diese ganze Nachhaltigkeitsbewegung wurde vom Club of Rome angestoßen. Der Club of Rome ist ganz offiziell von der Öldynastie von den Rockefellern finanziert und ins Leben gerufen worden. Und wenn man sich da einfach mal anschaut, was der Gründer Alexander King da in seinem Buch so schreibt, da kann man sich dann auch mal fragen, okay, was steckt denn tatsächlich dahinter? Er hat 1991 das Buch geschrieben, The First Global Revolution, und da steht ab Seite 68 Folgendes drin. Hier fasse ich einfach mal zusammen, was da drin steht. Schaut da einfach mal im Original rein. Er schreibt, dass es traditionell immer eine Idee, einen realen Feind oder erfundenen Feind bedurfte, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Traditionell war das der Patriotismus, die Religion der Nazi-Feind, der Kalte Krieg oder die amerikanische Führungsrolle. Das Verschwinden hat ein Vakuum hinterlassen, was die Menschheit heute mit einem krassen Materialismus füllt. Damit die Menschen nicht in Panik geraten und sich nicht in blinder Angst einen neuen Führer hingeben, brauchen wir eine globale Vision, die den Menschen zusammenschließt und danach handeln können. Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, der uns vereint, kamen wir, damit meint er, so wie ich das verstehe, wohl die ganzen Regierungen und den Club of Rome, wir kamen mit der Idee, dass Umweltverschmutzung, die Gefahren des Klimawandels, Wasserknappheit, Hungersnöte und so weiter, dieser Forderung gerecht wird. Wir sollen aber nicht in die Falle laufen, Symptome mit der Ursache zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind verursacht durch menschliche Eingriffe in die Natur, die nur dadurch überwunden werden können, dass die Ansichten und das Verhalten geändert werden. Der wahre Feind ist der Mensch an sich, Ausruferzeichen. Dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass er ab Seite 105 Geburtenkontrollen fordert und das natürlich alles nur zum Wohle der Menschen. Das ist eigentlich also das, was der Club of Rome von Anfang an schon gesagt hat. Das wahre Problem ist der Mensch, wir müssen weniger Menschen haben. Letztendlich hat mich auch damals, jetzt 2016, der Bericht vom Club of Rome dazu befogen, wo er gesagt hat, wir müssen eine europäische Ein-Kind-Politik haben. Und ja, dadurch bin ich in das ganze Thema nochmal tiefer eingestiegen. Also was diese Horrorprognosen alles schon bewirkt haben, könnt ihr sehen, wenn ihr in dieses Video reinschaut. Ansonsten, ja, meiner Meinung nach verdeutlicht das ganz klar, dass es da eine große Agenda dahinter gibt, wenn man sich auch mal anschaut, was Luisa oder Greta so alles sagen oder hier auch andere Köpfe. Ich habe da mal einen Beitrag zu gemacht. Da sieht man halt einfach, dass es überhaupt nicht um Klimaschutz geht, dass es einfach nur vorgeschoben ist. Letztendlich ist das wieder nur Sozialismus im neuen Gewand. Man sieht ja, es geht halt immer darum, den Kapitalismus abzuschaffen. Dabei ist es gerade sehr wichtig, wenn man den Kapitalismus immer mehr beschneidet, kommt es zu weniger Wohlstand. Und wenn es tatsächlich zu Umweltkatastrophen kommt, ob sie jetzt menschengemacht sind oder natürlich sind, was schützt ein Land da am besten oder was schützt eine Gesellschaft da am besten vor diesen Katastrophen, das ist im Wohlstand. Man sieht das zum Beispiel, wenn ein Hurricane Tahiti trifft, dann gibt es da ganz, ganz viele Tote. Es gab das ja schon mal, da ist natürlich, die Leute sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, deren Gebäude sind gar nicht darauf vorbereitet. Aber wenn das gleich in Florida passiert, passiert dann natürlich viel, viel weniger. Und die Leute haben Versicherungen und alles Mögliche, um sich da entsprechend auch vorzubereiten. Da kann man sich natürlich fragen, ja, warum wollen die Rockefeller das? Natürlich, das heißt natürlich immer, die bösen Konzerne wollen auch Macht haben. Es geht natürlich diesen Menschen immer nur um Macht. Und wie können sie die bekommen? Dadurch, dass die Macht immer weiter zentralisiert wird, das sehen wir natürlich auch beim Klimathema, dass es immer mehr zu den United Nations geht, ist es ein globales Problem. Wir müssen global das steuern. Und natürlich, ja, man redet auch davon, die Demokratie abzuschaffen, die Nationalstaaten abzuschaffen. Und natürlich, je weniger Politiker wir haben, desto weniger Politiker können von diesen Rockefeller und wie die Eliten alle heißen, manipuliert werden und zu deren Gunsten beeinflusst werden. Und dann, insofern, ja, das ist es halt einfach. Eine Zentralisierung der Macht bewirkt natürlich halt, ja, genau das, was wir gerade mit dem Klimawandel sehen. Ja, wenn du bei diesem Thema Klimawandel nochmal weiter einsteigen willst, habe ich da zwei Playlists dazu erstellt. Einmal eine Playlist mit sehr seriösen Quellen von ARD, ZDF, wo sie halt früher dann noch was ganz anderes gesagt haben. Und dann meine eigene Playlist mit meinen eigenen Videos dazu. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn du mich bei Telegram abonnierst und mir da folgst. Da poste ich halt immer so aktuelle Nachrichten. Und Telegram ist auch zensurresistent. Da sehen wir ja auch, dass hier bei YouTube in letzter Zeit immer wieder gelöscht wird. Da wird die Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt. Jetzt hat es ja zuletzt auch Miro Unblocked getroffen. Insofern folgt mir unbedingt bei Telegram. Abonniert auch meinen Kanal bei Bitchute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.